Hallo und einen schönen Mittwochnachmittag. Ich möchte Sie heute informieren, dass heute der zweite Clustertag dieses Bad mit AWs stattfindet. Wir haben, glaube ich, ein gutes, ausgewogenes Programm. Ein etwas anderes Format wie noch beim Clustertag am 4. Juli. Wir beginnen damit, dass Sessionleiter aus dem ersten Clustertag über neueste Entwicklungen berichten, sodass wir das Thema auch mit hinüberziehen in die zweite Session. Der zweite Teil oder das zweite Modul besteht darin, dass die beiden Bundesagenturen AWs und FFG ihre Produkte anbieten und sich selbst präsentieren und vor allem auch die Brücke schlagen in die Cluster hinein. Und das dritte Modul, und das ist neu, wir wollen Cluster auch vor den Foren bitten, um sich zu präsentieren, damit andere sich auch möglicherweise daran ein Beispiel nehmen und best praktisch praktizieren werden. Am Nachmittag haben wir drei interessante Parallelsessions vorbereitet zum Thema Trendforschung, zum Thema Robotics und zum Thema Forschungstransfer. Danach wird es eine Zusammenfassung geben. Ich habe jetzt aus den Gesprächen sehr viele neue Ideen für den dritten Clustertag schon mitgenommen. Ich denke, dass die Community sehr aktiv ist, sehr lebendig und gut funktioniert und dieses Momentum wollen wir unbedingt auch in das neue Jahr 2020 dann mit hinüberziehen und mitnehmen.